Hallo, hier ist wieder euer WeHawkLP und ich hab ein paar kurze Sachen. Und zwar, zunächst einmal, Super Mario 74 geht erst im Laufe der nächsten Woche weiter. Ich hab das im Part in die Videobeschreibung zwar schon geschrieben, muss an der Stelle das aber nochmal separat erwähnen, weil das Projekt halt doch sehr gut ankommt und ihr wahrscheinlich aber jetzt erstmal ein paar Tage ohne dieses Projekt auskommen müsst. Das liegt einfach daran, dass wir es diese Woche nicht mehr geschafft haben, was aufzunehmen und ich noch nicht genau weiß, wie ich jetzt dieses Wochenende dafür Zeit finde. Also Super Mario 74 wird wahrscheinlich erst im Laufe der nächsten Woche kommen. Ja, dann noch eine Sache, die mich derzeit ein bisschen stört, die ich an der Stelle nochmal ansprechen muss. Und zwar, einige Leute halten sich in letzter Zeit wieder für besonders witzig und meinen unbedingt erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter schreiben zu müssen. Und dann gibt's wiederum Leute, die regen sich dann sehr darüber auf und schreiben dann so Sachen wie Hey du Arsch, warum schreibst du erst oder zweiter? Äh, bei was hat dir das jetzt gebracht? Und solche Kommentare nerven aber genauso wie diese erster, zweiter, dritter Kommentare. Ich möchte euch also bitten, sowohl erster, zweiter, dritter und sowas zu unterlassen, als auch diese Kommentare, wo sich dann ewig lang darüber aufgeregt wird, dass diese Leute das schreiben. Ich weiß, ihr wollt mich nur verteidigen damit, aber auch das nervt ein bisschen. Das war in einem Dragon Ball Z Part ganz schlimm. Da wurden, glaube ich, da waren, von den ersten 15 Kommentaren konnte ich die ersten 10 wieder löschen. Und das muss einfach nicht sein. Ja, nur an dieser Stelle das mal erwähnt, kurz. Also Super Mario 74 erst nächste Woche wieder. Goal Values versuche ich im Laufe der nächsten Woche endlich auch wieder hochzuladen. Einen neuen Part habe ich bisher erst aufnehmen können. Es wird wieder aufgenommen derzeit, aber ich weiß noch nicht genau, wann ich es wieder hochlade. Auch das wahrscheinlich erst im Laufe der nächsten Woche. Was jetzt dieses Wochenende schon starten wird, an dieser Stelle kurz angekündigt, ist das Bestrafungsprojekt. Da muss ich an der Stelle dazu sagen, es ist leider nicht mein Gestüt. Wir haben das aus technischen Gründen nicht hinbekommen. Es wird etwas anderes sein. Wo sich der Keanu ein bisschen was hat einfallen lassen, womit er mir dieses eigentlich recht schöne Projekt ein bisschen vermiesen wird. Als Bestrafung. Und ja, davon gehen jetzt die ersten Parts dieses Wochenende online. Doch. So, ein bisschen als Ersatz, dass nicht nur Dragon Ball jetzt kommt. Weil wie gesagt, Super Mario 74 und Goal Values erst im Laufe der nächsten Woche. Also bis dann, euer Weehawk LP.